Gute Reise TV ist heute an den Ufern des Rheins unterwegs und haben uns mit dem Auto auf den Weg zur wenige Kilometer entfernten Schönburg gemacht. Guck mal, da ist unser Restaurant, da werden wir es uns jetzt richtig schmecken lassen. Im Burghotel haben wir uns einen Tisch reserviert, genauer gesagt in der Gobelin-Stube. Wenn wir uns schon tapfer mit Schwert und Armbrust durch den Tag gekämpft haben, dann wollen wir uns auch abends wie edle Rittersleute verwöhnen lassen. Die Atmosphäre passt hierfür jedenfalls perfekt. Glas Wein, knisterndes Kaminfeuer und ein wunderbares Schlosshotel, ich denke, angenehmer könnte unsere Rheinreise überhaupt nicht ausklingen. Und wenn Sie jetzt auch mal Lust bekommen haben, mit Gute Reise TV durch Deutschland zu fahren, dann bewerben Sie sich doch einfach bei uns. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ich denke, wir stoßen jetzt an. Also, Prost auf unsere schöne Reise. Auf die gelungene Reise. Auf den Abschluss.